ja hi und willkommen mein name ist an die europäer und ich begrüße euch zurück zuletzt bei star wars battle von zwei ok ja ein events wieder am laufen wir haben wir schreiben den tag 7 april meine mutter hat heute geburtstag und ich glaube ich schon hat auch in diesem tag geburtstag meine mutter ist ja ja das event für layers hot skin ist noch mal am laufen weil einige leute haben es irgendwie nicht geschafft das ding rechtzeitig zu bekommen deswegen wieder ohne hat irgendwie keine ahnung und ja wir müssen uns nicht darum kümmern aber credits 502 nur aber was soll es und ich glaube wenn man noch mal so eine kiste bekommt dann kriegt man ein bisschen geld dazu und war der deutsche kiste habe ich eigentlich auch schon fünf und galaktisch habe ich hatte so fünf minuten als offizier spielen kein problem zehn gegnern galaktische angriff besiegen alle ausforderungen 25 kein problem zehn gegner besiegen während du in ein fahrzeug bist alles klar jemand erzählt auch als dingens als sternjäger angriff aber versuchen wir mal wir spielen galaktische dafür warum nicht so kleine änderungen wir haben irgendwie neuen grafik treiber installiert vielleicht bin es ein bisschen und ich kann weiter nicht ein bisschen flüssiger spielen oder jahre zeiten sind kürzer ich weiß nicht ja da habe ich im internet nachgucken wie man hat überhaupt macht weil ich habe irgendwie kein programm oder so installiert und da steht einfach tun sie dat und dat bei windows eingeben beim start und also was habe ich gemacht sagt treiber alles aktuell dann gehe ich irgendwie auf die offizielle seite von meinen graf von meiner grafikkarte da steht irgendwie treiber ist weiß ich seit diesem monat schon irgendwie rausgekommen der treiber den ich vor drauf hatte er war noch von dezember 2017 also ja deswegen verlasse ich bin ich nicht so auf windows programme hier diese die so dazu gekommen sind oder so weil immer wenn irgendwie ein fehler so kannst ja irgendwie weil ich eine lösung im internet suchen das hat noch nie funktioniert das kann ich frage die dinge überhaupt auf dem pc auf sind und so direkt beim google eingeben so egal ist da jetzt vollkommen geistet sowieso kein ich hoffe hat also manche hat verbindung mit sowieso wieder strich durch die rechnung machen und sagen du bist zu langsam weiß welches das spielt sogar noch langsamer ich weiß nicht habe ich noch nicht ausprobiert aber ich hoffe mal ganz klein minimalen flüssigkeit schub haben wir hier bekommen in der zeit sind schon mal länger das kann man mein plan für heute die 34 part sich auch nehmen wir ich versuche nicht irgendwie so stundenlange part hoch zu laden damit ich mehr raushauen kann und ja ist jetzt nicht so als ob ich irgendwie die ganzen sachen brauche wir haben wir schon in der hot skin also muss ich jetzt nicht unbedingt hier die ganzen sachen machen muss 5 minuten als offizier spielen muss ich eigentlich auch nicht aber mal schauen aber wir haben punkte zu kriegen das ist ja wohl kein problem weil wegen meine karte ich ausgerüstet habe mit jeder klasse ich habe die angriffsklasse hat die jahr als einzige noch nicht komplett hochgelevelt aber trotzdem ist eigentlich da schon wieder ein gut lange geworden ich muss ja auch lernen also ich bin gleich gemeint führt spielt sie ein bisschen besser aus was nicht gut ist aber leider eine stadt dabei nach vorsicht naja wollte nicht zur reaktor steuerung vor will irgendwie nichts den gegner und hier leben ich habe auch kein einziger ledigkei du musst das aber dann haben wir irgendwelche paar zeuge nähne die dinge aber so normal nach dem sein gesicht zu haben möchte gott i don't hit anything with this block dass sie gleich auf die ich glaube ich nochmal hier und ich bin noch nie heruntergegangen schön super schießt denn jemand der läuft einfach chillig die sache wird seine blutbahn zurück zum sektor begeht euch zum nachschub lager ich habe sie noch verhandeln sollte aber sie brauchen zeit ja doch muss ich mal erst den überblick haben was genau gemacht werden muss also der ganzen farben die verwendet mich immer hat rotes blau ding wird ja wohl auf ploppen sobald ich fünf minuten gespielt habe meine kontakt verteidigung durchbrochen dass die flankieren ein ich da wo ich sein soll irgendeiner anderen schlacht ich komme einfach so man hätte nicht erledigen können wie schnell hier schon und so empfehle ich mal wenn wir das schaffen gehen wir raus und hauen mit den droiden ab wenn die erste ordnung uns zurückdrängt naja eine chance haben wir dann noch wir werden so was von sterben wird man hier bestimmt warum der patrick auch mann wo kommen die auf einmal her und noch ein paar leute für uns ich will sie nicht so was ich glaube wert schaffen also also war die auch hochleveln für mehr hp und so alter mal plan leute nein hey gar nichts zustande der westausgang vorstoß auf den westausgang der westausgang was die sehr gut gott alter wir sind für ein koordiniertes team also wenn er so schaffende kuma nicht mal unter 80 oder so kommen zum dann müssen wir verteidigen ich dachte hier fliegt jetzt hier jemand die gegend ich habe das gefühl ich treffe dann wo sind die schon wieder wir sind da ja durchgekommen weil ich sie eigentlich los ich kann ja schon eine granate von hinten wo waren denn die ganzen leute hinter mir ich bin schon wieder reingegangen weil das jetzt die rechte bei die europäische mein steiner rechte da steht die ganze zeit reine ich werde natürlich wieder angeschaut weil es hier passiert anders gefächte aber ja wo er annähernd irgendwie sagt alle erzählten umgelaufen und nun als offizier spielen kein ding noch auf einen anderen server anders match server es gibt ein server mit neuen server das war welches meint ja irgendwie traurig so schlecht bin star wars battlefront weil wir jetzt ja mit maus und tastatur einfacher ist zu spielen ja probleme ist für andere ist hat auch einfacher für andere pc da draußen also weil ich muss mal von dieser perspektive betrachten ich bin ja nicht so schlecht nur jana sind halt sehr viel besser als ich ich vergesse ich weiß nicht mein zeugs macht hier man kann helfen ja auch vielleicht nicht schlecht und wir machen die karten auch zu werden aber dazu musste ich erst mal dazu kommen helden irgendwie spielen zu können galaktische angriff oder so der allgemeinen raum schlachten aber das nie der fall ist bräuchte auch nicht hoch wenn du in der nähe als schweren trugplatz in geschützt nur stehst bist du wenn ich eine billige für explosion schauen also statt dieser ist dass dieser kreis der erscheint wenn man diesen geschützt modus geht okay schon gefragt hat war es gilt zu wissen ich weiß zwar nicht wie genau ein geschützt rauszuholen andere davor geschützt zu explodieren aber okay wir spielen weiter keine weiteren auf den fortschritt hat okay entschärfer geht es ob sie als heute eine jungen kann man ihn in der nähe entschärft außer dass eine wand in der ehe dann scheint er nicht zu funktionieren bei mir kann man übrigens auch noch aufleveln sollte ich vielleicht mal machen aber ich spare mit dem offizier gerade ein paar dinger scherz ist was noch mal scherz ist vorne so wäre meine tipps jahren gucken über gute informationen die jungen jetzt bräuchten dreifach bin hier mal einkommen kann der gesicherte worte mich über diesen punkt hinaus zurückgesetzt werden er hat verfügte war okay so die den arbeit als offizier langsame internet verbrennen jedes einzelne mal oder werde ich möchte es nur mal sagen ich möchte nur alle darauf aufmerksam machen bräuchter war der ding mit sich rum schläft die von hinten okay genauer der eine typ mit dem musst du ja gehen die schlacht verdammt das helft uns bestimmt das ist ja einer oh oh gott boah nicht irgendwie was damit tut sich in allen möglichen richtungen ausweiten aber ich habe trotzdem nie so dass der typ mit dem ding gewesen war mein zinkert sie werde ich bestimmt in den park kriegen ja schon mal gut der panzer will ich rein ich brauche fahrzeug kids wenn das weit so gut sehe ich nein wir können jetzt warten ich bin getroffen höre ich einfach doch gott wie ich da war schießt ja noch mal jemand man das hat ja zwei jäger so steht einfach nicht mein mpt dem will ich mal besteigen nur wo man das spieß unglaublich am länge ist das ja geil ich tue nur weh drücken also gerade auslaufen halt aber das sagt alter aber das sind da schon wieder hallo ich weiß nicht woran das liegt ganz ehrlich und zwei ganaden laufen also zu welchen leben hallo also ich sehe die kaum mehr und ich tue mich hier schon so ein haufen war ich ich lauf nur gerade aus ist dort alter das muss immer irgendwann dazwischen kommen also davon von ich weiß nicht wie hat vor anderen aus ich teleportiere mich die ganze zeit dagegen wahrscheinlich hier ist echt schlimm aber ich habe mich noch von hinten ab 16 sekunden aber ich habe mich noch von hinten ab vor den zeitplan weil er hat die klone in der nähe an und nennen wie von uns in zwei präsenten bringt sich aber die luft warum den ganzen tag 1a verbindung sobald ich wieder aufnehmen spielspiel er kann doch nicht so ein verbindungstöter sein es scheint ja wieder ein bisschen zu gehen da gehe ich nicht reiten jetzt habe ich aber noch niemanden so auf so ein richtig hohes level gesehen 70 oder irgendwie so weit also 30 oder 50 vielleicht ja wird gesehen im moment wo ich da rein rolle direkt oben gegen die fressen dann immer durch okay wieder durch du und ich gemeinsam naja auch machen näher ich weiß dass wir sind hier sein danke gut so was heilen boys stürmen rein kann es wird schon wieder hässlich mit der verbindung mit den kriegen meine strategie ist also setzt sie gefälligst entsprechend jemand vor mir läuft wenn ich das ding schießen das wird schon wieder weg die ganze zeit nach vorne ausweichen war ein ausreichend funktioniert nicht mehr weil ich tue alles schließen und sowohl das spiel spielen und zu sorgen hat hier wenig wie möglich dann lasse wir so was wir sind da irgendetwas ich kann mich fast nie bewegen hier habe ich so niemanden getroffen alter alter boah was ist das kann mich nicht mehr bewegen boah helfe helfe alter hallo hallo hey was ist das aber jemand erinnern hey was ist das ja ist da sowas von nicht zu fassen kann nichts machen super kein einzigen erfahrungsbuch bekommen mit dem offizier geil geil aber wird heute nur ein paar zwei wenn das so weiter geht der joker mock nur geradeaus das war nicht gut glaube ich bin hier stehen ich stehe nicht meinen stein erreicht mit dem 505 minuten als offizier spielen hoch hoch ehrlich schanken abschließen wenn hier gibt es doch einfach nicht ich sage da war es für diesen part weil internet verbindung macht also ja da hast du aber euch hat dabei gefallen wenn ja an der das doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar wäre sehr nett von euch über den kanal auch helfen zu wachsen und ja wenn sie dann schon mal jetzt schau und bis zur nächsten folge